1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hey Leute und willkommen zu Benra 3 Folge 2 Wir gehen jetzt mal ganz schnell drauf damit wir kein Zeit verlieren Prost So Wir sind alleine so erstmal den ofen so und in der letzten folge ist unser team partner gestorben an ein scheiß bug und ja so machen das ist einfach kurz lecken müssen einfach kacki 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 zack zack oh ja doch oh gott das fenster und moment mal eben das fenster zu machen so in der ersten folge was war so da gab es noch kein monster aber ab jetzt gibt es ein monster jetzt geht der spaß richtig los 8 ok das ist schon mal ein postbanzer so 4 ich weiß jetzt nicht was ein bisschen leckt aber naja gut steckt auch nur ein bisschen 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 und das und ich habe euch noch noch eine vier Hose das leckt wieder ein bisschen ich bin grad voll nicht aufgeregt aber ich weiß nicht wie ich es nennen soll zack doch eine Axt habe ich essen ach warte vielleicht habe ich noch das wäre nämlich schlau wenn ich jetzt noch essen brate und dann das weitergehe ja ja toll eigentlich das ist richtig langweilig ey mann 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 ich muss mir noch einen Bogen besorgen weil ich bin echt gut im Bogen gucken wie ich den verzaubert bekomme ja ich würde jetzt schon mal so ein bisschen hier gucken wollen man muss noch reisen hier ist aber nicht so viel also wie es in einer Storte nicht gedacht ist und da sind keine Monster das ist gerade richtig gut mhm ja mann das ist echt langweilig allein mit dem kurzen bisschen Brötchen essen mhm ja lecker und ich glaube das reicht erstmal das mache ich ja gar nichts in der Folge bitte nicht schaden okay gut das Eis möchte ich mir jetzt necken aber es leckt wirklich ein bisschen ich weiß leider noch nicht woran das liegt mhm guck mal mann weißt ja nie mach ich mir jetzt mal nen Hut gar nicht schnell das war mega riskant hier aber naja ok ich bin halt ich bin halt Sems Mödel gefährdet jo irgendwie 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 so so ha 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 ok jetzt nur mal gucken keine Fallschaden zu bekommen ok gut ich weiß echt nicht warum das jetzt mal ein bisschen leckt aber ok 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 da ist ein Skelett er ist ein Monster im Projekt und er schießt mich ab ich bin halt ich hab hier ein bisschen Angst schluchten das ist genug ok das mache ich mir dann ganz schnell Schuhe ganz ganz schnell ähm ok ich weiß nicht ob ich da hochgehe dass da kein Kühlböneck ist ist ein bisschen kacki ok ich weiß jetzt nicht ob Gold dafür gelobt sind also die super OP Äpfel glaube ich nicht ok zack so das ist natürlich ein Zombie der uns vielleicht töten will ok ok er will es glaube ich sogar schafft es aber nicht ok jetzt sind wir gleich wieder an der Oberfläche oh ne im Küper nur ein Zombie ok oh Gott schnell raus hier bisschen Corona mitnehmen so und weiter gehts in die Tümmel die Oberfläche so die Frage von wo waren wir nochmal gekommen ich hoffe es nicht hier ich kann es einfach mal hier her mhm ja ich weiß nicht ob ich irgendeinen gekühlt bekommen und ich hoffe dann jetzt ist es nicht so ich hoffe mal hört man nicht den Papageien hintergrund das wäre glaube ich schon ein bisschen fair call so das ist ja dieselbe Höhle ne aber das ist gar keine Höhle das ist nur so ne er ist gut Vogel ok hopp so so ah man ne Schlück ist das kein Dingens wo die Worldballer schrumpft das wäre ein bisschen krass ich müsste eigentlich noch ein Eisen finden für Eimer ganz wichtig so 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 ja so 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 und wo ich mir keine sorgen machen auch noch drei minuten auto schon so lang oder sie sind alle bestimmt unter dich ich will auch ich will auch in einer guten großen hülle ich glaube das ist gut ich auch raus bin weil das sind bestimmt welche die war eigentlich relativ groß ob ihr die erst findet die haben die erst gefunden muss ein eines 2 3 Fekten Heimmann die Holzbeugel ist nicht ein manchmal ist es echt flüssig alles klar und ich habe kein Scham verloren das ist super gut das machen wir jetzt einen Eimer oh je das ist dunkel also hier waren die Lokale so sieht es auf jeden fall hier aus öffene Zeit in einem minuten Sender ok oh gott da müssen wir jetzt noch ganz schnell schnell clean store noch brennen ganz schnell ganz schnell schnell 30 Sekunden hopp 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 komm schnell ok 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 einfach mal in die Wand rein ok gut haben wir es geschafft ich muss sagen wenn ich will mal sagen wenn quer ist erstmal gek und wenn euch ja wenn Rapport 2 gefallen hat dann lass doch eine positive Bewertung wer mich nicht verbindet hat könnt ihr es dann jetzt tun bis nächstes Mal tschüss bis Junام bis und bis 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 bis